Hitzewelle in Südeuropa Griechenland und Spanien kämpfen mit hohen Temperaturen Die Hitzewelle in Südeuropa hat bereits zu Waldbränden und Ernteausfällen geführt. In Griechenland wurden mehrere Inseln evakuiert, da die Temperaturen auf über 40 Grad gestiegen sind. In Spanien wurden Straßen und Schulen geschlossen, um die Menschen vor der Hitze zu schützen. Auch in Deutschland sind die Auswirkungen der Hitzewelle zu spüren. Meteorologen warnen vor hohen Temperaturen und empfehlen, sich vor Hitze und Sonne zu schützen. Besonders ältere Menschen, Kinder und kranke Personen sind gefährdet. Es ist wichtig, während einer Hitzewelle ausreichend zu trinken, sich in kühlen Räumen aufzuhalten und körperliche Anstrengungen zu vermeiden. Auch Haustiere sollten vor der Hitze geschützt werden. Es wird empfohlen, sich regelmäßig über die Wetterlage zu informieren und die Hitzeperiode gut zu überstehen. Auch in der Zeit, das ist ein Neuverdienst, das ist ein Neuverdienst. Töne sind nicht einfach nur ein Neuverdienst, das ist ein Neuverdienst. Vielen Dank.